Moin Leute was geht mal wieder YouTube Gamescom vom AR-Clan ist hier und so und heute spiele ich mit einem PSN-Freund das ist der Da-One-Styler ich hoffe ich habe dich richtig ausgesprochen hat schon als Tag YouTube Gamescom reingemacht finde ich echt cool von dir Oh! Scharfschütze sind schon unterwegs hier oh je oh je oh je so ja ich nehme heute auf jeden Fall mal die LSAT mit das ist die angepasste Version und habe natürlich noch Ding, das Messer dabei hat mich gleich erwischt zeige ich euch oh je oh je so jetzt erstmal gucken wo ist mein PSN-Freund da war da da war ein Styler mit dem habe ich noch nie gezockt online Video habe ich auch noch nicht gemacht ja da ist er schon ja klettern wir erstmal nach oben hier so schon angelangt ja was ich in der Waffe einfach cool finde hier ja oh oh ich habe gerade einen Scharfschütze erledigt ja was ich in der Waffe halt cool finde ist einfach dass hier die Gegner markiert werden als ja Ding rotes Ding da ups jetzt habe ich irgendwas zerstört ja die Waffe ist einfach meine Lieblingswaffe hier im Playoffs 2 muss ich sagen so da da oben hoffen die hoffen immer an den gleichen Stellen da ja das ist auch eine gute Position auf jeden Fall also durch den Panzer glaube ich kann ich nicht schießen verwendete Vorräte unterwegs ah yeah oh yeah Alter hat es mich erwischt die Knoten sind schon sorry guys jetzt muss ich erstmal gucken wo mein PSN-Freund ist ah da oben da oben da oben hab einen erwischt hab einen erwischt vorher sicherlich hab ich einen erwischt ups jetzt habe ich auch so gesehen ähm 3 äh Kreis gedrückt ich hoffe das hat jetzt keine Konsequenzen 100 Punkte yeah noch gerissen doch noch gerissen wir sind überall rote Punkte auf dem Radar ja mit der Elzart kannst du es halt reißen ja die Elzart ist wie eine Predator-Rakete nur viele tausend Schüsse könnt ihr ablegen ja abwerfen weil die Vereine werden einfach markiert hier ah schon wieder hier oh wunderbar ja Volltreiber Headshot Alter so da ist auf jeden Fall der Fels ja ja oh ich bin zweiter ich bin zweiter ja da oben ja da oben nein ah kürzlich an das wollen wir mal das Intro müssen wir mal angucken hier ah ja mit der Armbrust Explosivgeschosse leider hast du keine Chance wenn euch ein Pfeil drisst äh ah weiß ich nicht fällig tot ich versuche mal durch die Wand zu schießen vielleicht funktioniert das da drin ist auch irgendwas Explosives da ist eine Drohne eingesetzt da ist eine Drohne eingesetzt da ist eine Drohne eingesetzt ah da oben digga da oben da oben da oben alter 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 der den hab ich jetzt echt nie gesehen Achtung feindliche Drohne nähert sich nicht so Drohne nicht so gut ah bleibt stehen hier oh nicht mal wieder vom Gleichen nicht mal wieder vom Gleichen hier das gibt es ja gar nicht hier ey ich muss echt mal ins Hauptmenü hier ja ich muss mal Sniper nehmen so ja steht 62 zu 42 Leute auf dem Fall müssen wir hier gerade vollarm abgewinnen hier ja unser Team ist halt eh am besten hier ja so geht's ab sage ich euch Achtung feindliche Drohne ja jetzt hab ich hier mal die Akimbo eingepackt die K.A.P. 40 zweihändig im englischen glaube ich auch Akimbo hab die Waffe noch nie benutzt Sniper habe ich auch schon benutzt ah ja das ist die mit dem mit dem anvisieren und jetzt schauen wir einfach mal I love it I love it Jungs das ist geil Aaaaah was war denn das jetzt das müssen wir nochmal angucken oh ja ja die Waffe kenn ich die Waffe da wurde ich auch schon aufgetöltet ja ja so ja mit dem hat es nicht gerechnet hier mit einer schönen Akimbo so oh 10 Kills Aaaaah blöd mein fuck blöd und wir schauen uns das letzte Intro an von Da One Styler Pikachu Youtube Gamescom hat er drin sehr schön oh da bin ich ja ich vom AR-Clan ja das war euch wieder froh von eurem Youtube Gamescom und eurem Da One Styler äh ja bis zum nächsten mal see you later alle Gator haut rein bis dann